. Kann ich nur sagen, wir hatten ein gutes Gespräch und ich bin überzeugt, dass wir auf dem Weg einer Einigung sind. Ich wollte nur noch mal bestätigen, dass wir ein gutes Gespräch hatten und dass ich in der Tat hoffe, dass wir zu einer Einigung kommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Theo Weigel seine Vorschläge so machen wird, dass die breite Zustimmung der Fraktion sicher ist. Die Fraktion steht geschlossen hinter dem Finanzminister und die Opposition wird mit ihrer Shownummer abfahren. Ich bin hier nur Übermittler von Nachrichten. Ich glaube, ja. Ich bin hier nur übermittelt. Ich bin hier nur übermittelt worden. Du bist sehr, sehr verehrt. Ich habe nur übermittelt. Das ist ja auch nur übermittelt. Ich glaube, es wird rüber, wenn ich es so leist, dann wenn ich die Reihe auf nachzieht. Vielen Dank.